Wir haben ganz viele Konflikte unter den Kindern. Wir haben eine aufgeladene Spannung, viel verbale, also rohe Sprache, die wir jetzt schon als Beleidigungen empfinden würden. Aber gibt es das Messerproblem oder nicht? Wir haben durchaus Jugendlichen auch schon mal ein Messer abgenommen, ja. Ansonsten müssen wir uns auf die Aussagen von anderen Kindern verlassen. Wir dürfen ja keine Taschenkontrollen machen. Warum bringen Kinder ein Messer mit in die Schule? Tatsächlich fühlen sich viele in den öffentlichen Verkehrsmitteln unsicher. Die bringen das nicht mit für die Schule. Die haben das ohnehin dabei. Ich sage, es ist kein schulisches Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Zwölf, 13-Jährige, die dann in der S-Bahn oder im Bus? Eher vielleicht die 14, 15-Jährigen, ja. Die würden sich ohne Messer vielleicht auch nicht mehr in die Innenstadt trauen. Und wie viele verschiedene Nationen haben Sie da? 40 hatte ich, glaube ich, vorhin gesagt. Ist das richtig? Die Familien kommen aus insgesamt um die 40 Nationen. Das schwankt auch immer ein bisschen. Wir haben natürlich viele dieser Kinder mit Migrationsgeschichte, die auch einen deutschen Pass haben. Da muss man auch differenzieren. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Biografien. Manche, die in der zweiten, dritten Generation hier sind und dann natürlich ganz frisch Zugewanderte. Da gibt es ganz große Unterschiede. Die Nation ist ja im Zweifel auch nicht das Thema, sondern die Sprache ist das Thema. Ja. Wie viele Sprachen haben Sie mit denen dann in einer Klasse? Ja, das ist auch unterschiedlich. Also wir haben schon beispielsweise Türkisch als häufig vertretene Sprache. Insofern sind das vielleicht dann auch nicht ganz so viele, wie es so klingt. In einer Klasse, ja, ich weiß es nicht, sechs oder acht Sprachen. Mhm.